Verschwind aus meinem Haus! Hey. Könntest du mir auch etwas einschenken? Was kostet denn Feinersen? Komm, geht's nächste. Wo, 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 halt mal! Ich bin's nur, ja? Scheiße, verdammt! Was machst du hier? Ganz ruhig, ja? Was willst du? Was ich will? Mal mein Schätzchen besuchen, was denn sonst? Was hast du denn? Was ist los? Auf einmal interessiert dich das! Ich hab nicht gewusst, dass dir das so viel ausmacht, ehrlich! Weißt du was, es ist mir echt scheißegal, was du machst! Mia! Er ist nicht der Grund, wie ich soll ich fahren! Ach, was denn sonst? Ich hab ein Angebot bekommen für die Stelle, für die du mir schon seit Monaten empfehlen wolltest, aber in Berlin! Bevor ich's vergesse... Hier... Nutten muss man ja bezahlen. Glaub gar nicht, dass du jeweils mehr für mich warst! Ich will mich kurz, bitte! Ratschliefer, ich will dich! Vergeben, dass du dann absoluter bist. Ach, was du gesagt hast? Hn guckst! Ich will dich zu sein, dass du dir wachst! Ich will dich auch nicht! Ich will dich! U кажется, ich würde dich für dich ansehen. Vielen Dank.